Für den Bereich der Beutelverpackung wurde der Moira Trail und Reparantpacker für einen bekannten US-amerikanischen Spirituosenhersteller weiterentwickelt. Die hochflexible Maschine kann Einzelbeutel und Multiboxen verarbeiten. Eine geschickte Gruppierung und Konditionierung ermöglicht eine Minimierung der Kartongröße. Entwickelt wurde ein durchgängiges System mit Kontrollotix-Steuerung, Kinetik-Servoantrieben, MPL-Motoren sowie PanelView Plus Touchpanels. Eine einfache Kommunikation zwischen Steuerung und Visualisierung wird durch die durchgängige Tag-Verwaltung innerhalb der Software gewährleistet. Das System bewirkt einen prozesssicheren Ablauf und führt zu einer volumenoptimierten Verpackung. Die Verpackungskosten lassen sich damit um bis zu 20 Prozent reduzieren. Der werkzeuglose Formatwechsel ist in weniger als zehn Minuten zu erledigen. Das System bewirkt einen prozess aus und wird durchgängige Tag-Verwaltung im und Clara-Modoren. Der werkzeuglose Formatwechsel ist in weniger als zehn Minuten zu erledigen. Der mit dem ich fersicht in weniger als fünf Minuten zu erledigen. Vielen Dank.